Was ist bloß mit meinem Neffen los? Bei Frauen hat der's verbockt. Ich traf ihn gerade gestern Nacht, das hat mich echt geschockt. Habe ihn schon lang nicht mehr gesehen und sag ihm fröhlich, Haudi, ich frag, wie tut's denn dir so gehen? Da sagt er, O jolly, o jolly. Ich denk, der hat nen dicken Hals, das arme Menschenwesen, hat wohl in einem fernen Land nen fremden Schnupfen aufgelesen. Ich fühle Mitleid für den Jungen, doch als ne Weile wir gesprochen, find ich heraus, daß fremde Zungen da aus dem Mund des Jungen krochen. Er antwortet dann meistens schäl, wenn ich ihn etwas frag. Recht eigentlich und meiner Seel und all den ganzen Quark. Ich mach nen Witz. Die Mädchen lachen. Der Jungen macht nur Ho-Ho. Ich denk, was sind denn das für Sachen? Wohl aus dem Cine-Mont? Jetzt wird es mir doch echt zu bunt, ich sag's ihm rund heraus. Hast du nen heißen Kloß im Mund, dann tu ihn besser raus. Nun steht er da, wirkt konsterniert, sagt Eisig dann, wie einfältig. Ich denk, daß ich dich wirklich nicht verstehen kann, recht eigentlich. Ich sag, nu klopf mal keine Sprüche. Willst Kajus gub nicht sein? Sitz ständig doch in Omas Küche und bildest dir wer weiß was ein. Über Jamaika Witze reißen, ist deiner Weisheit Schluss? Recht eigentlich soll das nun heißen, hör auf mit diesem Stuss. Beleidigt geht er durch die Tür. Er sagt noch, meiner Seel. Die Mädchen johlen hinterher. Recht eigentlich nicht sehr fidel. Das allzu grüne Leichtgewicht. Bei allen hat's verbockt. Und alle Welt darüber spricht. Bin immer noch geschockt.